Guten Tag, in dieser Präsentation möchten wir Ihnen eine Hilfestellung geben, wie Sie sich über BEWO für einen Berufskolleg an der Ludwiger Erdschule anmelden können. Grundsätzlich ist das System vom Land Baden-Württemberg im Februar freigeschaltet. Wie Sie hier sehen, finden Sie das Anmeldeformular über diesen hier eingegebenen Link. Sie landen auf der Startseite der BEWO Homepage. Dort klicken Sie bitte auf den Button Login Registrierung. Zuerst registrieren Sie sich, indem Sie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und ein Kennwort vergeben. Wenn Sie sich bereits registriert haben, können Sie über Anmelden sich in das System einloggen. Sie müssen, um am Verfahren teilzunehmen, die Datenschutzerklärung akzeptieren, sowie sinnvollerweise in den E-Mail-Versand sich einverstanden erklären. Nachdem Sie sich registriert haben, bekommen Sie eine E-Mail, welche Sie bestätigen müssen, dass Ihre E-Mail-Adresse korrekt ist. Deshalb benötigen Sie unbedingt Zugang zu Ihrer E-Mail-Adresse während des Registrierungsverfahrens. Sie geben auf der ersten Seite Ihre vollständigen Bewerberdaten ein. Hierzu zählen Vorname, Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort und Ihre Adresse, sowie Telefonnummer. Wenn Sie noch minderjährig sind, müssen Sie zwingend die Felder des Erziehungsberechtigten mit ausfüllen. Im nächsten Schritt müssen Sie Ihre Vorbildung eintragen. Das heißt, Sie tragen bitte Ihre jetzige Schule ein, sowie den Schulabschluss, den Sie dort erzielen werden am Ende des Schuljahres. Sie geben Ihre bereits erworbenen Fremdsprachenkenntnisse ein und Sie sollten die Noten in den Hauptfächern des Halbjahreszeugnisses hier eintragen. In Einzelfällen haben Sie bereits ein Abschlusszeugnis, dann tragen Sie bitte direkt die Abschlussnoten hier ein. Im nächsten Schritt können Sie Bewerbungsziele auswählen und einfügen. Klicken Sie hierzu auf Bewerbungsziel Suche. Es erscheint eine Suchmaske, bei der Sie beispielsweise die Ludwig Erdschule Pforzheim eingeben. Sie sehen hier alle möglichen Berufskollegs, die die Ludwig Erdschule anbietet und die Sie über Bewo auswählen können. Sie sehen ebenso, dass nicht alle Berufskollegs aktuell auswählbar sind, da nicht die Voraussetzungen erfüllt wurden. Im vorletzten Schritt sollten Sie die Angaben zu einem früheren Schulbesuch im Berufskolleg ausfüllen. Sollten Sie sich im letzten Jahr bereits in einem Berufskolleg eingeschrieben haben bzw. sich dafür beworben haben, aber keinen Platz bekommen haben, können Sie dies hier mit Ja beantworten. Auf der letzten Seite prüfen Sie bitte Ihre Stammdaten. Oben stehen alle persönlichen Angaben, unten dann die Bewerbungsziele. Bedenken Sie bitte, Sie können pro Person nur einen Antrag stellen. Das heißt, Sie müssen alle möglichen Bewerbungsziele in diesem einen Antrag zusammenfassen. Das System merkt, wenn sich Personen unter gleicher Anschrift mehrmals im System registrieren. Wenn alle Daten korrekt sind, machen Sie bitte zuerst einen Probeausdruck. Anschließend können Sie den abzugeben Antrag ausdrucken. Dieser muss unterschrieben und unter Beilegung aller notwendigen Unterlagen abgegeben werden. Ende März werden Sie dann von einer Schule informiert, wie der weitere Verfahrensablauf sein wird. Ob Sie einen vorläufigen Schulplatz bekommen haben oder gegebenenfalls eine vorläufige Absage. Bis Juli müssen Sie dann das Abschlusszeugnis spätestens an der Prioritätseinschule abgeben. Wenige Tage später bekommen Sie über das Portal ein Schreiben zugesandt. Dieses ist hoffentlich Ihre Zusage, in Einzelfällen aber auch, dass es eine Absage gibt oder dass Sie auf der Warteliste stehen. Ebenfalls über dieses Schreiben erfahren Sie nähere Informationen über den Aufnahmetag an der Schule. Wichtig, Sie müssen persönlich an diesem Aufnahmetag an der Schule anwesend sein, um nochmals alle Unterlagen, die benötigt werden, abzugeben. Unmittelbar danach findet auch der Aufnahmetag für Nachrücker statt. Dann ist die Anmeldung abgeschlossen.